Hallo Andreas, herzlich willkommen. Ja, hallo. Hier ist Andreas Fröhlich, der Sprecher von Bob Andrews. Und ich bin hier gerade im Studio und habe noch nicht ganz, aber fast ganz, heute ist der zweite Tag, den Karpatenhund eingelesen. Warum hast du dich für die Folge Der Karpatenhund entschieden? Der Karpatenhund war, ich glaube, eins der ersten drei Fragezeichen Bücher, was mir untergekommen ist. Im Bücherbus in Klado in Berlin gab es bei uns nämlich keinen Buchladen in Klado, sondern es gab einen Bücherbus, der fuhr dann immer vor und hielt im Topeliusweg in der Finnenhaussiedlung. Und da durfte man dann einmal in der Woche hingehen und sich Bücher aussuchen. Und da entdeckte ich eines Tages in der Jugendbuchabteilung, ganz hinten im Bus, die drei Fragezeichenbände. Und da gab es, glaube ich, vier oder fünf Bücher und darunter auch den Karpatenhund. Und der Karpatenhund gefiel mir damals deswegen so toll. Erstmal fand ich das Design großartig. schwarzer Buchrücken und dann eben wirklich irgendeine irre Zeichnung. Alle von Algarasch damals schon. Das merkte man, das war so ein Handstrich, so wie sie zeichnete. Das war sehr besonders. Und ich fand das Cover toll. Ich fand das Cover toll. Und ich fand, was ich eigentlich toll fand, war, dass es dann doch eigentlich eine Hitchcock-like Geschichte ist. Die ist wirklich ziemlich Hitchcock-mäßig erzählt. Sehr spannend, mit unterschiedlichen Verdächtigen. Und dieses Setting rund um diesen Pool ist ja eigentlich ganz unspektakulär, aber es wird beobachtet. Und das ist ja eigentlich auch ein Hitchcock-Thema. Es wird beobachtet, was treiben die Leute in meiner Umgebung. Und man kommt eben auch gar nicht sofort darauf, wer ist jetzt der Hauptverdächtige, wer ist der Täter. Und natürlich dann die Auflösung. Der Karpatenhund, wo er versteckt ist. Im Pool. Genial. Also alleine das schon ist, zusammen mit dem Cover, großartig. Und was ich eigentlich auch sehr schön finde, ist, dass Justus ist eigentlich in der Folge oder in der Geschichte der Star. Weil er für mich eben überhaupt nichts hat von diesem dicklichen, korpulenten, etwas nerdigen Detektiv. Sondern er ist sehr bedacht und sehr cool auch und sehr ruhig. Er ist wirklich wie so ein junger, wirklich aufstrebender Sherlock Holmes. Und das macht eigentlich auch irgendwie so sein Charisma aus, was sich dann später eben auch weiterentwickeln wird. Und Peter und Bob spielen in der Geschichte eigentlich wirklich keine große Rolle. Es sind eigentlich Stichwortgeber. Die fragen dann irgendwie immer, das sind die berühmten Justus, die berühmten Peter und Bob-Sätze, die immer mit dem Fragezeichen versehen werden. Wirklich, meinst du wirklich? Und könnte es nicht eventuell so sein? Aber dienen eigentlich wirklich nur dazu, dass Justus seine Monologe hält. Die aber doch auch gut sind. Die sind gut geschrieben. Und er stellt ja auch Fragen. Und das finde ich zum Beispiel wirklich bemerkenswert bei dem Buch. Das gefällt mir. Wie klingen Justus, Peter und Bob bei dir? Orientierst du dich an den Hörspielstimmen? Also das Buch jetzt zu lesen, ist glaube ich wirklich was völlig anderes. Also das ist ja eben auch eine ganz andere Art der Erzählung. Es ist ein Hörbuch, das ist ja jetzt kein Hörspiel. Und die Sprache ist ja auch wirklich ein bisschen antiquierter. Ich höre die Stimmen von Olli und Jens schon, aber die passen jetzt überhaupt gar nicht. Also mein Justus spricht nicht so wie Olli. Der spricht ganz anders. Der spricht genauso, wie eigentlich die Figur im Buch sprechen muss. Wenn Olli das eingelesen hätte, würde das natürlich wunderbar passen. Aber auch die Eigenheiten von Jens da reinzulegen innerhalb des Textes von Peter, das funktioniert eigentlich auch nicht. Das ist was ganz Eigenes. Das muss man, glaube ich, auch als etwas losgelöst von diesen Hörspielen sehen. Und das ist ja eigentlich auch der Reiz, dass man das jetzt wirklich als Hörbuch macht. Ich finde, es bietet sich ja an. Die Geschichte ist gut und die Geschichte ist eben auch länger als im Hörspiel. Viele Sachen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, fallen im Hörspiel weg. Denn die früheren Hörspiele waren ja auch nicht länger als 45 bis 50 Minuten. Und das ganze Buch jetzt hier wird zweieinhalb Stunden, drei Stunden ungefähr. Sogar noch länger. Nein, ich habe da, sobald man das Buch liest, hat man die Stimmen auch gar nicht im Ohr. Dann sucht man sich einfach eigene Stimmen, eigene Diktion. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel Fenton Prentiss, Fenton Prentiss wird gesprochen von Hans Hessling. Und Hans Hessling kennt man eben auch wirklich noch so aus den 40er Jahren als tapferes Schneiderlein in den ersten Märchenverfilmungen, die dann so im Kino liefen. Und auch eine ganz eigene Stimme. Und mein Fenton Prentiss klingt völlig anders. Der klingt viel tiefer. Hätte ja auch nichts gebracht, Hans Hessling jetzt nachzumachen. Das wäre, liegt mir da nicht in dem Augenblick. Ich muss das so machen, wie ich das in dem Augenblick spüre, wie die Bilder entstehen. Die akustischen Bilder der einzelnen Figuren. Hast du in Der Karpatenhund einen Lieblingscharakter? Ich finde Justus sehr interessant. Also ich finde Justus interessant, weil er eigentlich so ganz straight ist und weil er auch wirklich so klar ist und irgendwie keine Skurrilitäten hat, sondern wirklich eher ein richtiger Detektiv ist. Ich finde Fenton Prentiss gut. Den finde ich als Figur toll. Er ist ja auch der Auftraggeber. Mrs. Bugle finde ich natürlich groß. Ja, und dann Sonny Elmquist ist natürlich auch so eine Figur, von der man nicht so genau weiß, was ist das eigentlich für ein Charakter. Und er ist ja eigentlich auch jemand, ein moderner Mensch für die 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre. Was ich ganz furchtbar finde, ist dieses permanente darauf rumgereitet, dass seine Haare nicht gekämmt ist und er sich anscheinend nicht so häufig wäscht. Aber das war eben auch noch so die Zeit der Gammler. Also wo man dann die Leute mit den langen Haaren, die Hippies, die fand man dann eben nicht so toll. Was ich echt wirklich hammermäßig finde. Es ist also wirklich, da ist die Geschichte sowas von spießig und, ja, aber es ist eben Zeitgeist. Ein wenig zu oft wird mir der super Aschenbecher von Mr. Murphy erwähnt. Warum also permanent auf dem Aschenbecher rumgeritten wird, das erschließt sich mir nicht. Aber man weiß natürlich dann warum, weil dann bricht ja irgendwann das Feuer aus. Ach so, deswegen, Aschenbecher kann ja eigentlich nicht sein, dass da das Feuer ausbricht. Er hatte doch den Aschenbecher. Deswegen fällt ja auch relativ schnell der Verdacht auf Mr. Murphy. Aber genauso sind die Bücher natürlich aufgebaut. Man konnte ja miträtseln. Also man konnte sagen, Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Und eigentlich sind die Kommentare von Albert Hitfield ja auch ganz spannend. Die Kommentare in Kombination mit der Logik, die man dann irgendwie so für sich entdeckt, da kann man gut miträtseln und kombinieren. Man kann auch selber auf die Lösung kommen. Und es ist nicht so einfach. Der Karpatenhund ist ja eigentlich Oliver Rohrbecks Lieblingsfolge. Musstet ihr euch einigen? Nee, wir mussten uns nicht einigen, weil ich sofort gesagt habe, bevor irgendwie nur jemand antworten konnte, ich mache den Karpatenhund. Weil den Karpatenhund mochte ich als Kind, als Buch. Und ich kannte das Hörspiel nicht. Dann dachte ich, das ist es doch. Wie hast du dich auf die Lesung vorbereitet? Ich habe das Buch einfach gelesen. Ich lese das Buch einmal und dann mache ich mir meine Notizen. Und das ist jetzt Fenton Prentice. Dann muss ich mir immer hinschreiben, wer es wer. Weil oft, das Buch ist sehr seltsam geschrieben, dass man manchmal nicht weiß, wer redet. Die wörtliche Rede ist nicht so eindeutig gekennzeichnet. Und dann schreibe ich mir eigentlich immer nur hin, Prentice, Justus, dann kommt wieder Mrs. Bugel. Da steht bei mir eigentlich immer nur zickig dahinter, damit ich weiß, wie ich die anzulegen habe. Und alle anderen ergeben sich dann sozusagen selber. Also ich mache mir eigentlich immer nur so ein paar kleine Notizen. Aber ich lese das einmal. Und dann muss ich es aber so lesen, dass dann Bilder auftauchen. Also ich muss die Räume sehen. Ich muss sehen, ah, okay, hier ist das oberste Stockwerk. Da ist der Pool. Da wohnt Mrs. Bugel. Da wohnt Mr. Murphy. Dann kommt noch Mrs. Chalmers. Auch völlig falsch ausgesprochen. Wie du mir erzählt hast. Im Hörspiel ganz anders. Chalmers. Chalmers heißt es ja eigentlich. Und dann habe ich eigentlich ein klares Bild. Dann weiß ich auch, ah, okay, hier ist die Kirche. Hier geht es rüber zur Kirche. Da ist der Pfarrer. Justus ist dann da drin. Ich muss das sehen. Ich muss das sehen, was da passiert. Und dann kann ich das auch vorlesen. Und dann weiß ich, ah, okay, das passiert jetzt. Das baut auf dieser Sache auf. Die Polizisten kommen da rein. Und dann kann ich das eigentlich lesen. Gibt es weitere Aussprachen, Patzer, im Hörspiel? Alex Hassel. Ich lese natürlich Alex Hassel, aber dann heißt es plötzlich, der heißt gar nicht Alex Hassel. Der heißt Alex Hassel. Da waren wir eben auch wirklich 13, 14, als wir das aufgenommen haben. Sehr, sehr klein. Und da war es ja sowieso immer schwierig mit englischen Aussprachen. Mr. Smith. Ganz schlimm. Mr. Smith konnte dann einer sagen, aber der Nächste meinte Mr. Smith. Ja, es heißt nicht Smith, es heißt Smith. Ganz schlimm ist es ja bei den James-Bond-Filmen. Sinjin Smythe. Gibt es da so einen Bösewicht, der heißt Sinjin Smythe. Es muss im Synchronstudio furchtbar gewesen sein. Weil einer irgendwie immer versagt hat. Das wurde ihm dann ganz oft vorgesprochen. Und das wurde uns mit Sicherheit von Frau Körting auch ganz oft vorgesprochen, was wir alles, wie wir es richtig auszusprechen hatten. Aber Frau Körting neigt auch manchmal dazu, die Sachen falsch uns vorzusprechen. Da muss man immer genau aufpassen. Nee, Frau Körting, jetzt haben Sie es aber gerade falsch vorgesprochen. Das ist jetzt, das heißt, nee, das heißt so und so. Dann sagt sie immer, ja gut, spricht ihr es ihm vor. Und dann machen wir es falsch. Und dann, sowas passiert natürlich. Hand aufs Herz. Wie viele Bleistifte hast du während der Lesung zerbrochen? Kein einziger. Nein, ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt. Ich war ganz ruhig. Wenn ich jetzt einen gehabt hätte, einen Bleistift, hätte ich vielleicht an einer Stelle den Bleistift leicht angebrochen. Aber das ist ja hier Pille-Palle. Wie fandest du die Idee mit dem Schlafwandeln? Aber das finde ich eigentlich toll, muss ich sagen. Finde ich großartig. Dieses Einfügen von Schlafwandeln, das ist schon irgendwie toll. Also das ist ja eigentlich auch das prima, großartige bei den drei Fragezeichen, dass man plötzlich so sich mit Worten beschäftigen muss, die man gar nicht kennt als Jugendlicher. Somnambul, was ist denn das eigentlich? Dann wird einem das erklärt. Man konnte bei den drei Fragezeichen ja immer was lernen. Und dann eigentlich auch dieser kleine Exkurs bei Prof. Dr. Barrister und seiner Professorin oder der Professorin Arbeiter. Die ist toll und die erzählt ja auch wirklich interessante Geschichten. Also so ein bisschen so plaudert aus dem Nähkästchen, was es alles so für interessante Vorkommnisse und Geschichten zu erzählen gibt, rund um Somnambule, die dann plötzlich irgendwo aufwachen und die tollsten Sachen angestellt haben. Das fand ich gut. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Nehmen wir aber erst morgen auf. Viel Spaß dabei. Freue mich. Viel Spaß. Das wird super. Der Karpatenhund ist der absolute Renner. Neben Nacht in Angst, was später kommt, das beste Buch und das beste Cover. Deswegen habe ich es eigentlich mir ausgesucht. Dieser tolle blaue Hund vor dem roten Hintergrund. Perfektes Buch.